3, 2, 1, let's go! Jetzt können sich alle Leute verstecken. So, jetzt geht's los. Wir haben 35. Wollen wir los machen? Und ab. Go, go. Ach, da haben wir schon den ersten. Das ist sogar Kai's so, glaube ich. Ich kann sie nicht schicken. Hä, ich kann die nicht schlagen, Digga. Eigentlich werden Nico und Kaito tot, aber ich kann die halt nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich gebe eben die Rechte. Dann haben wir den nächsten. Nico, hau mal nicht ab, du Affe. Na, der Muffel scheint nicht unbedingt das Sneaken für sich entdeckt zu haben. Okay, tschüss immer nach Nico. Er ist auch so. Digga. Ah, er läuft halt. Weg, der Wichser. Na, da oben. Oh, nee, das ist das Ding. Marcel. Ja, gut. Da habe ich den Nix. So. Jetzt gehe ich da wohl nicht noch mal hoch. Da läuft noch einer rum. Stark. Noel ist draußen. Ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier... Ja, ich habe es dir gesagt, dass es schwer wird. Du hast ja gesagt, dass es so gute Verstecke gibt, ja. 20 Blöcke bis zum Runterfallen. Das kommt nicht so. So, da haben wir den Nächsten und noch ein kleines Freundchen. Zack, der ist auch noch weg. Jetzt will er abhauen, oder was? Wow. Weil er abgehauen ist, habe ich jetzt jemand anderes gefunden. Ey, wenn wer abhaut, kannst du mir den Namen sagen. Also wenn ich... Ja, dieser Outs. Den hast du gefunden. Ja, der läuft gerade vor mir noch weg. Dieser Kuhnz oder irgendwie sowas. Ah, der rennt vor mir weg, aua. Aber ich kriege ihn gleich, ich kriege ihn gleich. Da ist noch einer. Oh, Daffi, moin. Junge, lass ihn einkreisen. Komm, komm, komm. Hast sie? Ja. Nice. Ich weiß, ich habe einmal meine Hunde gedreht. Böses im Busch. Wow, danke. Ach, wen haben wir denn da? Wow. Äh, da steht noch einer. Okay. Als ob wir den den ganzen Zeit übersehen haben. Ach, wen haben wir denn da? Moin. Ah, wen haben wir denn da? Ah, wen haben wir denn da? Standard-Emotes. Wer haben wir denn da? GG. Oh, da sehe ich noch einen rumlaufen. Wem haben wir denn da? Der Passi 3 oder so. Äh. Wow. Weiß nicht. Äh, was mir gerade einfällt. Du könntest es eventuell auch so machen, dass... Warte mal, wir haben 31 Tage Premium, oder? Insgesamt. Ja, ja, genau. Ich würde heute Zeit für den Fest. Ich habe jetzt drei Leute wieder. Also... ...und dann eventuell, dass ihr dann fliegen könnt. Einen habe ich. Kannst du mal kurz zu mir kommen, Mike? Äh, guck mal. Ja, ja, warte. Zählt das jetzt Out of Map, oder? Und wo bist du? Ne, das zählt, also das würde ich noch mit zu mir zählen, weil das ist noch relativ oben, aber ab darunter würde ich nicht mehr zählen. Also, wenn da einer da unter dir ist, dann ist er raus, weil ich dann gefunden habe. Ja, weiß ich nicht, deswegen frage ich ja, sonst wäre ich da untergegangen. Ne, ne, da unten zählt nicht mehr, aber da, wo du jetzt stehst, da noch. Na, einer haut ab. Hab ihn aber. Ja, okay. Und da haben wir den lieben Goldig. Ach, moin, Kollegas. Hast du drei, oder was? Ja. Waren das die drei? Mike? Ja, ja, das war ein deutlicher. Ja, okay. Ah, ja, ja, ja. Die waren erst alle Out of Map und dann Lust. Ah, ich habe auf jeden Fall noch zwei Leute gefunden. Oder sehr... Nein. Oder? Schaffe ich das noch? Ah, easy. Der Mike, ist hier unten auch schon ein Out of Map? Ähm, warte. Also da unten. Oder zählt das noch mit? Ähm, das ist Out of Map. Ah, okay, gut. Da ist auch keiner. Das haben wir alles geguckt. Es zählt nur ab da, wo du stehst. Also, das ist noch mit. Einer haut hier noch ab vor mir. Ah, leise. So, ich habe drei Leute gerade noch geholt von uns. Okay, gut. Ich denke, auf das nächste Heiden-Zieg haben wir dann auch eine andere Map. Ja, komm, lass mal mit Game-Up jetzt suchen. Ich bin gespannt, Digga. Hast du Game-Up bekommen? Ja, ja. Hopp. Äh, den mag ich auch sonst. Ich glaube, die sind halt nicht mal hier oben oder so. Ach, du Scheiße, Digga. Ist er da? Er hat das Beste versteckt, Tobi. Wem haben wir denn da? Wie ist er da? Hä? Als ob er hier hochgeschwommen ist, dann hier so rein, Digga. What the fuck? Da bin ich locker siebenmal vorbeigeschlingt. Ich bin immer hier rüber, so. Der Flexus-K hat sieben Tage gewonnen. Sieben Tage. Ja, okay. Hä? Und der Letzte? Locker siebenmal hier über diesen Scheiß-Ding. Dann soll ich FTP euch zu Bermak-CW hin? Bermak-CW hat jetzt... Ja. Stell dich da mal wieder rein, quer. 20 Tage. Hä? Wo war er? Ja. Nein. Ja, da war ich doch drin. Hä? Da war ich doch drin. Da war ich doch drin. Da war ich hier in dem Haus. Also? Hier war er die ganze Zeit, ja. Nein, Digga. Hä? What the fuck, Digga. Bier macht hier was. Yo, Leute, das Ganze war auf jeden Fall ein mega-nastes Event und es wird sicherlich bald mit mehr Apex-Stuff kommen, bei dem ihr halt mitmachen könnt. Und eventuell könnt ihr dann auch Preise absahnen, zum Beispiel nochmal Premium oder was auch immer. Das Ganze werde ich dann aber auch nochmal auf Twitter ankündigen. Da könnt ihr mir auf jeden Fall folgen, atdaflitzewee. Und yo, dann war es das mal mit dem Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.